Nein, Widerstände zum Glück nicht, also die Mitarbeiter ziehen mit, die sehen auch die Erleichterung, auch die Anwenderfreundlichkeit. Wir nehmen das Dokument aus dem Dokumentmanagement, ziehen sie auf die Plattform, wird unterschrieben, geht wieder zurück, das ist alles automatisiert, geht irrsinnig schnell und wir haben jetzt auch eine Key-User-Gruppe eingerichtet, die intern das promotet, die Leute unterstützt und so gesehen sind wir da sehr schnell auf einem sehr hohen Akzeptanz-Level. Also grundsätzlich dadurch, dass wir vom Mindset sowieso sehr gerne digital Walarbeiten hatten wir jetzt nicht die starken Barrieren, ich sehe es aber eher da, dass wir arbeiten müssen generell in der Steuerberatung, ich arbeite ja auch viel in der Kanzleiberatung und da ist es schon so, dass das Thema Mitarbeiter immer wieder sozusagen aufkommt und da geht es weniger um die Kanzleiinhaberinnen, sondern da geht es wirklich darum, das Mindset der Mitarbeiter einmal sozusagen aufzubrechen und ihnen zu zeigen, hey ihr werdet nicht eingespart, sondern das bringt euch was und ihr müsst einfach diese routinemäßigen Abläufe nicht immer wiederholen.